so ihr lieben herzlich willkommen zurück in vietnam wir haben green one gerade hier man sieht so ein bisschen da und da wie der helikopter dem staub von vietnam aufwirbelt hier unten links und also beziehungsweise hier irgendwo und hier sind unsere jungs dort werden sie angegriffen jetzt ist die frage ob sollten wir da mal hinschießen und wenn ja wie machen wir das also okay in der nähe ist eine artillerie einheit ich sehe mal was ich tun kann und das klingt gut ja there's an artillerie unit nearby i'll see what i can do sit tight okay zack fox trot hier ist papa bear hört ihr mich fox trot this is pop up there you read me over fox trot my boys would be grateful for some support over come in fox trot do you read me over klingt nicht so gut oder okay this is green one destination reached we're at the base at five four five one six three out papa bear this is green one we're at the base dropping live cargo okay 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 fox trot okay fox trot befehl beschuss dahin fox trot this is papa bear bring smoke at one five two five three seven seven over papa bear this is fox trot understood beginning shilling at one five two five three seven seven out boom boom da war eine große notiz okay beschoss beginnt äh der helikopter ist noch dabei okay gut 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 papa bear this is fox trot five round out where at the end of barrage out okay holy shit fox trot beautiful fireworks we love your subtle style the whole hill is shaking okay papa bear this is alpha movement in sight probably grunts 30 or so man at one four three five three six zero moving southeast out papa bear this is green one the night is falling sir and as much as i love pretending to be batman night is not the best time to carry out the evacuation soon we won't see shit and those charlie are still out there waiting with their russian rpgs okay das wird jetzt das wird kritisch können doch die jungs nicht da draußen da wir müssen diese jungs so schnell wie möglich evakuieren äh ja wir lassen die nicht die nacht da green one this is papa bear scotty we have to evacuate those boys as fast as possible we're not taking a break yet carry on over i hear you sir looks like some more batman ahead of us out papa bear this is bravo something's moving problem grunts 30 or so main at one five zero five three seven one moving southeast out papa bear this is alpha we've identified oh man shooting at enemy at one four four okay äh foxtrot bitte wir machen jetzt wir sorgen jetzt hier mal ein bisschen für feuerwerk ist ganz schön nah ne aber okay so ein misst boxtrot this is papa bear bring smoke one five one five three seven four over green one this is papa bear move to one five eight five three four ist das die foxtrot? ja okay 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 sie haben sich beruhigt wir können die artillerie feuern dann äh zack befehl beschuss da hin feuer feuer this is papa bear this is alpha charlie morale is breaking out papa bear this is alpha charlie unit fragged out nein ist schlecht this is foxtrot five round out papa bear this is bravo we see grunts papa bear this is bravo opening five charlie position and one five papa bear this is green one we're under fire enemy is popping at us from the forest can't see shit this darkness poma bear we're taking damage we think there's smoke coming out from green two lights too dark to be sure Tomasovic do you hear me? over they think they have some happy machine guns down there maybe even an RPG äh da 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 ich glaube die haben ein paar schwere maschinengewehr da unten ähm vielleicht sogar ein RPG ziemlich blöd äh ich brauche hier äh bericht erstatten da 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 dafil Kampfstatus reverend tage oh nein Papa bear this is alpha we are not in a fight right now out ok, die sind ausgelöscht hier glaube ich zack weg gut so, ähm Problem ist, dass wir gerade Green-1 verlieren glaube ich äh , eh. Position Green 1, this is Papa Bear. What's your position? Over. Papa Bear, Green 2's down. They hit the ground hard. I can see flames and possible gunfire. We're unable to help them. Over. Na, riesig. Green 1, continue your mission. C-Company will send someone ASAP. Over. Fuck. Fuck. That's just fucked up. Fuck. Das ist ziemlich schlecht, Brian. This is Green 1. Reporting position. 7. 5. 5. 1. Niner. 7. Moving 2. 1. 5. 8. 5. 3. 4. 1. Out. 75, 197. Was ist denn das? 75. Okay, äh, die sind irgendwo weit weg außerhalb der Karte. Okay. Und dann gehen sie zu, was? 158? Und 300. Gehen die gerade zu Fuß? Hm, okay. Papa Bear, this is Bravo! So, können wir die mal unterstützen? Mit ein bisschen Artillerie? Oder ist die noch, äh... Foxtrot, this is Papa Bear. Bring smoke at! 1, 5, 2, 5... Okay. Papa Bear, this is Foxtrot. No can do, sir. We have to cool down. Gut, dann müssen sie halt da durch, ne? Papa Bear, this is Bravo. VC are panicking. Out. Ah, okay. Hier ist Bravo, die Weltkommensgeraden in Panik. Das klingt doch gut. Papa Bear, this is Bravo. Enemy unit wasted. Out. Papa Bear, this is Bravo. Enemy unit wasted. Out. Papa Bear, this is Bravo. Papa Bear, this is Bravo. We pushed them back, sir. Still exchanging fire. Uh, that was some fight, sir. Fucking crazy Billy was ferocious. I think he put off one of the gooks in. Buh. Okay. I think he put off one of the gooks in. Papa Bear, this is Bravo. We are safe. No longer under fire. Out. Gut. Dann brauche ich vom Bravo einmal einen kompletten Bericht. Zack. Äh. Bericht erstatten. Äh. So. Zack. Bericht erstatten. Kampfstatus. Das ist Papa Bear. Bravo. Das ist Papa Bear, this is Bravo. We are currently not in a fight. Out. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob da jetzt Truppen sind oder nicht. Ich glaube nämlich nicht. Papa Bear, this is Greenwood. Destination reached. Or at 1, 5, 8, 5, 3, 4, 1. Out. Okay. Green One ist wieder da. Dann versuchen wir mal unser Glück. Green One. Äh. Evakuierung. Der Truppen. Green One. This is Papa Bear. Collect the wounded and deliver the goods. Over. Papa Bear, this is Green One. We are taking wounded soldiers and leaving... Papa Bear, this is Green One. Wounded on board. We are ready to lift off. Gut. Einmal bitte, äh. Ups. Wollen wir bitte bewegen und zwar zu den Jungs. Green One. This is Papa Bear. This is Green One. Move one. Papa Bear. This is Alpha. Movement in sight. Probably flicks. 4 units at 1, 5. Ja, das ist unser Hubschrauber, du Pappwurst. This is Green One. Get the hill. So, Green One. Bitte einmal, äh, die Verwundeten evakuieren. Green One. This is Papa Bear. Papa Bear. This is Green One. We are taking wounded soldiers and leaving supplies. Out. Papa Bear. This is Green One. Okay, ähm. Haben wir denn noch irgendwie evakuieren die gefunden? Ja, eigentlich haben wir doch eigentlich alle jetzt, oder? Ich sag, ich lass den mal nochmal hier hinfliegen, nur zur Sicherheit, aber ich glaube, wir haben alle. Ähm. Green One. Green One. This is Papa Bear. Move two. Papa Bear. This is Green One. Papa Bear. This is Green One. Yes. Green One. Evakuierung. Green One. This is Papa Bear. This is Green One. Okay. So. Zack. Äh. Bewegen. Stützpunkt. Green One. Green One. Moving two. The base. Out. Papa Bear. This is Green One. Destination reached. We're at the base. At. Five. Four. Five. One. Six. Three. Out. Gut, 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 gut. Papa Bear. This is Green One. We're at the base. Laden Verwundete ab. Papa Bear. This is Bravo. The situation is stable. Enemy lines are nearby. And Victor Charlie snipers are on the hunt. Will we keep our heads low? Over. Okay. Alpha, what's your status? Over. Looks like we are in some kind of standoff situation here, sir. Those Viet Cong boys are waiting for our move. Just as we are waiting for theirs. Over. It's gonna be a long evening, sir. Glad I've taken something to read. What's the book's title, Coleman? Over. Why we can't wait, ironically. Papa Bear. This is Green One. We finished refilling. Out. Okay. Dann holen wir Green One wieder zurück. Aber eigentlich müssten wir doch jetzt... Alle haben, oder? Müssen doch alle jetzt evakuiert haben, oder? Ups. Ups. Wupp. Green One. This is Papa Bear. Move to... Papa Bear. This is... Papa Bear. This is Green One. Destination reached. Green One. Befehl evakuieren. Out. Green One. This is Papa Bear. Papa Bear. This is Green One. Negative, sir. Out. Okay, also da haben sie nichts, oder? Was soll das jetzt heißen? Evakuierung. Green One. This is Papa Bear. Collect the wounded and deliver the goods. Over. Papa Bear. Okay. Ups. Out. So, und jetzt? Äh... Alle deine Einheiten müssen überleben. Evakuiere die Verwundeten und Gefallenen. Ja, aber ich hab doch noch... Was soll das denn jetzt hier? Müssen wir jetzt nur... Green One. Befehl. Bewegung. Dahin. Green One. This is Papa. Papa. So. Zack. Back. Okay, äh... Green One. Befehl. Bewegung. Dahin. Green One. Papa. Papa Bear. This is Bravo. Papa Bear. This is Alpha. Movement in sight. Problem. Green One. Befehl. Evakuierung bitte. Five, three, four, eight. Moving. Northwest. Out. Green One. This is Papa Bear. Collect the wounded and deliver the goods. Over. This is Green One. We are operating in the region. It could have been us you've seen. Out. Papa Bear. This is Green One. We're taking wounded soldiers and leaving supplies. Out. Foxtrot. This is Papa Bear. This is Green One. Destination reached. We're at one. Five. Zero. Five. Papa Bear. This is Papa Bear. This is Bravo. This is Papa Bear. This is Bravo. Enemy unit wasted. Out. Gut. Okay. Äh... Green One. Wir nehmen... Okay. Wir nehmen die Verwundeten auf. Gut. Okay. Jetzt müssen wir kurz gucken. Ging ein bisschen durcheinander. Ich will vielleicht doch nochmal hier oben Green One hinbewegen, weil... Vielleicht waren sie einfach in der falschen Position gerade. Green One. This is Papa Bear. Papa Bear. This is Green One. Moving two. One. Six. Five. Five. Three. Five. Six. Papa Bear. This is Green One. Negative. No. Friendly units on sight. Out. Papa Bear. This is Green One. Destination reach. One. Okay. Dann gucken wir mal. Green One. Befehl. Nochmal evakuieren. Zack. Green One. Papa Bear. This is Foxtrot. Cooldown completed. We're ready. Papa Bear. This is Green One. Okay. Dann bitte einmal Green One nochmal, äh... Zack. Zum Stützpunkt. Danke. Green One. This is Papa Bear. Move to the base. Over. So. Papa Bear. This is Green One. Moving to the base. Out. So. Die sind nämlich da. Die sind nämlich auch ein bisschen verrutscht, ne? Papa Bear. This is Green One. Destination reached. Order at the base. At five. Bye. Bye. So. Jetzt müssten wir es ja eigentlich haben. Papa Bear. This is Bravo. Something's moving. Probably. Grunts. Papa Bear. This is Alpha. Movement in sight. Probably. Emma. militär Kerber. I get set of 5. Papa Bear. This is Bravo. We can't just. Den jagen wir mal ein bisschen die Artillerie runter. Beschuss, da hin. Charlie. Out. Voxtrot. Papa Bear. This is Papa Bear. This is Foxtrot. Agreed. Papa Bear. This is Bravo. Papa Bear. This is Papa Bear. This is Papa Bear. This is Foxtrot. Okay, dann einmal die Artillerie bitte dahin jagen. Okay, den können wir wieder vernünftig dahin legen. Okay, eigentlich müsste der gesamte Wald hier schon umgegraben sein. Aber ich verstehe immer noch nicht die Verwundeten. Ja, ich habe die doch jetzt alle inzwischen. Jetzt wird die Sache aber hakelig hier. Ich will den Sniper wegballern. Papa Bear, this is Alpha. We are under attack. Haben wir, ist Foxtrot wieder startklar? Habe ich nicht gesehen. Äh, probieren wir mal. Okay, dann können wir das wegpacken. So. So, äh. Bewegen. Ja, geht mal hier hin. Green One, this is Papa Bear. Move to, one. Papa Bear, this is Green One. Moving to, one. Ich darf das nicht so ganz, warum, äh. Papa Bear, this is Alpha. Movement inside. Probably slicks. Ja, ja. Papa Bear, this is Green One. Destination reached. Word at, one, five, zero. Five, three, five, zero. So, äh, äh, evakuieren, bitte. Green One, this is Papa Bear. Papa Bear, this is Green One. We're taking wounded soldiers and leaving supplies. Out. Papa Bear, this is Green One. Wounded on board. We're ready to lift off. Ah, jetzt haben wir alle, okay. Papa Bear, this is Major Ellis from Company C. With that blast transport, all of my boys are moved to safety. I owe you big for this one. Out. Okay, und jetzt? Verlasse Hügel 66. Okay. Hm. Ja, nee, das weiß ich auch nicht. I don't know, Kovacs. I really don't know. So, okay. Dann müssen wir jetzt gucken. Ach, das war's. Okay, gut. Der Helikopter kommt voll ganz alleine. So, du hast den Hügel abgesichert und die Verwundeten evakuiert. Du hast dich entschlossen, mit dem Geschwader Green bei Nacht zu entsenden. Es war riskant und einige der Piloten glauben, dass du mit ihrem Leben gespielt hast. Während der Nachtflüge, die du angeordnet hast, wurde Green Two abgeschossen. Du hast einen Helikopter und die Crew verloren. Naja, so ist das leider. So, ihr Lieben, das war's mit der Mission. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich sage danke und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.